Als junger Mensch hat man meistens Besseres zu tun, als sich um Finanzen zu kümmern. Auf manche Dinge sollte man jedoch gut vorbereitet sein, da das Erwachsenenleben viele Veränderungen mit sich bringt. Raus aus dem Elternhaus und rein in die erste eigene Wohnung. Eine Facebook-Freundschaft verwandelt sich zum Partner fürs Leben. Und plötzlich sitzt man nicht mehr in der Schule, sondern im Vorlesungssaal oder am Arbeitsplatz. Das alles ist spannend, wirft aber auch zahlreiche Fragen auf. Habe ich alle nötigen Versicherungen abgeschlossen? Reicht mein Azubi-Gehalt, um mir ein Auto leisten zu können? Und habe ich meine monatlichen Ausgaben überhaupt im Griff? Wir möchten, dass Sie sich in dieser wichtigen Phase Ihres Lebens nicht auch noch über Ihre Finanzen den Kopf zerbrechen müssen. Deshalb sind wir immer für Sie da, mit der Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät. Denn bei uns stehen nur Sie und Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche im Mittelpunkt. Das macht unsere genossenschaftliche Beratung so besonders. Ehrlich, weil wir über alles sprechen, was geht und was nicht geht. Verständlich, weil sie auf Augenhöhe stattfindet. Und glaubwürdig, weil wir unseren Kunden und Mitgliedern verpflichtet sind. Mit unserer genossenschaftlichen Beratung treffen Sie immer eine gute Entscheidung für den Start ins Erwachsenenleben. Und wenn Sie möchten, können Sie sogar Mitglied Ihrer Bank werden und von besonderen Vorteilen profitieren. Aber auch mit unserem stetig wachsenden Online-Angebot, unserer VR-Banking-App und rund 18.500 Geldautomaten sind wir rund um die Uhr für Sie da. Ganz gleich, was sich in Ihrem Leben verändert.